Guten Tag liebe Leute, ich bin's wieder, euer Bebel Strucker. Wir haben unser Business jetzt ein bisschen verändert. Wir machen nicht mehr so nix. Der andere Dritter bringt alles nix. Ich glaube, pass mal auf. Machen wir hoch, ist ja verkehrt rum, siehst du? Das ist ein Zollstock der Marke 0815, aber Wolf hat die Reklame da drauf. Versteht, da ist ein Patent. Ist aber real. War hier schon ein bisschen fähig. Und da bitte, ich werd den jetzt gleich zerbrechen. Vor ihren Augen, wenn sie zerbrechen. Und da passiert das, dann ist er kaputt. So, pass mal auf, ich hab ein halbes Jahr für das Training, was sie jetzt sehen. Halbes Jahr. So, pass auf. Ich mach das jetzt mal eben. Könnt ihr gucken, der ist ganz, der ist super. Der ist nie neu ist der. Der ist kaputt, der ist zerstört. Der ist zerstört. Vielen Dank.